update 12 x 12 12 x 2 augen und lippenprodukten 12 x 12 das wäre was gewesen ok da ist meine liste wie immer gar nicht vorbereitet also ich drehe so wie ich kann catrice brightener einmal angebrochen einmal neu die sind weiter in meinem projekt ich muss ehrlich sagen ich habe die nicht mehr benutzt also der angebrochene habe ich nicht mehr benutzt weil ich bin mit meinen concealer was fast leer ist märbelin sehr zufrieden und von daher habe ich die gar nicht mehr gebraucht und ich war auch nicht mehr so müde irgendwie wobei ich sehr wenig schlafen aber nur ein concealer ja wie immer ich habe es nicht benutzt es ist mir viel zu dunkel hoffentlich passt er mir im sommer kathom die eigersten ich habe ihm auch einmal angespitzt der ist so klein der wird kleiner 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 aber der wird nicht leer gehen habe ich ihm hier habe ich und da hat sich minimal was getan da ist es also wir warten hier und wir sind jetzt hier sehr sehr wenig wie gesagt ich habe ihm einmal angespitzt vielleicht zwei dreimal benutzt und ja der will nicht leer den werde ich wahrscheinlich auch in 2020 noch haben make up for ever aqua ice in lila ich weiß da hat sich gar nichts getan weil ich habe ihm gar nicht mehr benutzt vielleicht ja ich habe keine eigentlich keine lila habe ich ich habe nichts lila für sommer deswegen ja nicht so viele chancen dass ich das noch mal benutzen benutze rival de lup augenbrauen stift ja das habe ich benutzt trage ich auch heute da können wir vielleicht ein bisschen ein bisschen was erkennen ja an fortschritte hat sich was getan letztes mal waren wir ganz oben und jetzt sind wir hier finde ich gut die farbe passt mir perfekt werde ich weiter benutzen nix eyeshadow base ich habe euch aus letztens letztens letztes mal gezeigt dass ich diese sicherungs dings bums entfernt habe und ja da ist noch viel produkt also wenn ich darum rühre da kommt noch sehr 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 viel produkt raus so dass ich überall ja also ich habe hier vielleicht für die noch ein monat mindestens deswegen nur haben wir nichts gemacht rival de lup de lidschatten duo ja ich habe es mir im badezimmer gelegt dass ich das öfters benutzen natürlich habe ich das nicht getan es tut mir so leid aber ich habe diese farben in in meiner palette von project pen und ich weiß bestimmt werde ich das im herbst benutzen weil dann werde ich hoffentlich ein bisschen dunkler und dann sieht das gut aus ich kann es auf dem gesamten augenlid verwenden keine ahnung war keine gute entscheidung dass ins projekt zu nehmen essens lidschatten in brulee ja der hält immer noch durch mach dich auf so also etwas ist schon also etwas sehr viel ist schon weg aber da ist noch immer produkt ich kann am rand aber das fännchen sehen also hier zum beispiel sieht man das fännchen aber das wird noch dauern essence come to town liner ich habe den glaube ich zweimal genutzt schauen wir mal ich weiß nicht oh das hat da hat sich doch was getan hat sich doch was getan und zwar wir waren hier jetzt immer hier minimal also einmal angespitzt aber immerhin so viel habe ich noch und ich weiß nicht wie lange es noch dauern wird aber da bin ich konsequent also den benutze ich immer wieder und ja das war es das sind meine produkte für die augen machen wir weiter dann mit lippen ja wet and wild lippenstift das geht ganz schnell weil ich weiß ich habe ihn noch nie benutzt so viel ist noch drinnen weil ich habe einen anderen in die arbeit was ich natürlich nicht dabei habe weil er in die arbeit ist ich trage ihm aber und ich werde euch gleich sagen was was das sein soll es soll den essence like an unforbearable kiss lippenstift sein diesen berger tun ja lila berry rosa so schaut aus ok kai lilio lippenstift und lipliner natürlich nicht mehr benutzt weil ja die farbe passt jetzt nicht also zumindest ich denke dass die nicht passt und das ist der lipleiner dazu wahrscheinlich in herbst wieder den lips maker in wild raspberry und der anderen der coca cola nicht benutzt weil diesen teufelchen hier der will nicht leer gehen ich habe mich schon mal beschwert wegen diesen isana dingsbums macadamia aber man merkt schon ich war da und jetzt bin ich hier muss mir eine markierung machen also ich war hier hier ok hoffentlich jetzt sind wir hier hoffentlich wird er leer gehen weil ich ich mag ihn überhaupt nicht das ist so ein grausames produkt man schmiert immer die lippen es bleibt wie ein öl auf die lippen zieht nicht ein pflegt nicht grausam aber ich werde es auch brauchen ich bin im projekt damit ich mache es ich ziehe es durch was habe ich noch dieser man kann dann nix antwerp ich benutze es immer wieder und diese kleine teufelchen will auch nicht leer gehen ich habe auch den stopper raus geholt und da ist immer noch viel produkt man merkt schon ich liebe diese farbe irgendwie ich habe noch ein paar backups schaut mal so viel produkt ist also sehr viel produkt 2,42 milliliter in so ein mini top ich mag die formulierung die farbe sehr schön für den frühling frühling bin zufrieden und natürlich den chanel artur in rot was ich ich sage immer wieder ich ziehe mich heute ich ziehe heute eine rote bluse an und irgendwie mache ich das nicht und dann aber ich muss ihm ins badezimmer tun dass ich ihn sehen kann und dass ich mich schminke und ich sehe dass ich den habe und dann entscheide ich mich für eine rote bluse oder so ich muss das machen ich muss irgendwie muss ich das machen so dass was mit meinem update bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten